So, nun, ähm, was ist das? Das ist eine eldrianische Feldbasis. Sie werden als vorgefertigte Einheiten hergestellt und lassen sich dadurch sehr schnell aufbauen. Unglaublich. Ja, sehe ich genauso. Kreise Sache. Alles voller Kisten. Hm. Hoi. Äh, alle anderen sind in der Station. Ich habe mich nur ein wenig nach guten Erntestellen umgesehen. Okay, hier können wir dann wieder rausgehen, so wie es aussieht. Hm. Ich rede jetzt noch mit dem hier vorne, weil hier vorne ist auch irgendwo da rumgegeistert. Da, der. Hi. Äh, Captain Garfond ist in der Nachrichtenzentrale. Er ist einer der wenigen Captains, die uns noch geblieben sind. Warum siehst du dich nicht zuerst auf der Station um? Du kannst später noch mit dem Captain reden. Okay. Und dann holen wir mal rein hier. Wo bin ich? Achso. Oh, hier steht ja sofort eine Kiste. Blaue Beeren und Umbeeren. Warte mal, wie war das mit dem Rennen? Ja, so war das. Ah, noch eine Kiste. So. So, können wir jetzt hiermit interagieren? Ja. Wir wollen eine Runde schlafen. In Särgen. Auf jeden Fall füllen wir uns dann wieder auf. Ähm. Hallo. Okay. Äh. Sie können mich über die Erkundungsbasis fragen, was immer Sie möchten. Ich beantworte all Ihre Fragen. Genau dort stehen wir gerade. Wir haben ein paar Betten und Tische aufgestellt, damit die Kuh sich ausruhen kann. Doch die meisten sind mit solchem Eifer bei der Sache, dass man sie nur selten hier sieht. Außerdem äh sind fast alle süchtig nach Tischtennis. Witzig. Äh. Der Einkaufsbereich befindet sich hinter der nordöstlichen Tür. Keine. Wenn man zum Zentralbereich rausgeht. Da kann man Essen und Ausrüstung sowie andere Dinge kaufen. Im Moment ist mir das Notwendigste erhältlich. Aber das wird sich bald ändern. Außerdem arbeiten dort eine Menge hübsche Ladies. Ausgesprochen hübsch, um genau zu sein. Das Lager befindet sich hinter der nordwestlichen Tür, wenn man zum Zentralbereich rausgeht. Dort werden Medikamente und Forschungsausrüstung sowie Nahrungsmittel und andere Dinge von außerhalb der Station zwischengelagert. Außerdem ist es dort schön kühl und ruhig. Wenn man sich, äh, vor der Arbeit drücken will. Das Forschungslabor ist gleich hinter der südwestlichen Tür, wenn man zum Zentralbereich rausgeht. Okay. Das ist wie eine andere Welt, da drin ist. Riecht nach allen möglichen Chemikalien und die Behälter sind gefüllt mit... Keine Ahnung was. Ihr Kaffee trinken ist dort... Was? Ihren Kaffee trinken sie dort bestimmt aus Bechergläsern. So verrückt wie die sind. Hey, Chemiker sind toll. Sag nichts Falsches. Die Nachrichtenzentrale befindet sich hinter der nördlichen Tür. Äh, wenn man zum Zentralbereich rausgeht. Äh, die Gruppe hier auf Eos hält ständig Kontakt mit der Mondbasis und folglich sind dort die Leute... Es sind dort mehr Leute als sonst, wo Commander Gorfden und, äh... Super, Commander Gekind sind besonders beschäftigt. Sie glauben nicht, wie sehr Commander Gorfden sein Kind liebt. Ständig zeigt er Fotos herum. Der hat ein Kind? Ähm... Gut. Äh, die Krankenstation ist gleich hinter der südöstlichen Tür, wenn man zum Zentralbereich rausgeht. Äh, wenn sie verletzt sind oder sich nicht wohlfühlen, sind sie dort gut aufgehoben. Normalerweise werden wir alle wöchentlich untersucht. Aber jetzt... Aber jetzt ist mit der SRF-Gru genug zu tun. Die Krankenschwester ist übrigens der absolute Wahnsinn. Das musst du gesehen haben. Okay, die letzten Neuigkeiten. Wie ich gehört habe, sollen die Kisten hier unglaublich bequem sein. Wenn man mal... Wenn sie mal müde sind, ist es der perfekte Ort. Okay, danke. Gott, war das ins Text. Ich hab schon mal einen ganz trockenen Hals. So. Äh, ist das jetzt dieser Zentralraum? Gedöns? Hi. Warn. Hey, du bist auch hier? Hey, was? Ein Notfall? Wo? So plötzlich ist dem Käpt'n nichts passiert. Und was ist mit der Kuh? Ach, wird's doch nicht wissen. Äh. Ein Typ? Ach, da. Oh, hi. Oh, hallo Fais. Wie schön, dass du wieder halt zurück bist. Ich hab mir Sorgen gemacht. Hm. Na, speichern müssen wir jetzt nicht. Können wir irgendwo lesen, was jetzt wohin geht? Hm. Wir machen das jetzt einfach auf gut Glück. Das ist anscheinend hier das Schlaf-Dings. Willkommen. Wie Sie vermutlich wissen, bin ich Abi, die leitende Ärztin der Erkundungsbasis. Freut mich, sie kennenzulernen. Da sind ein paar Betten frei. Also wenn Sie müde sind, können Sie sich ruhig hinlegen. Und die soll der Wahnsinn sein? Ziemlich kleine Brüste. Naja, was soll's. Ähm. Ne, hier wollen wir mal gucken, was hier ist. Ich hab nämlich alles schon da vergessen. Ah, hier sind die Shops, so wie's aussieht. Ah, apropos. Da fällt mir ein, wir haben ja noch was gefunden. Gegenstände? Gegenstände? Ne, ausrüsten ist das. Hm. Kannst du das dann nur tragen? Ne, wir haben noch irgendwas gefunden. Wo waren denn Gegenstände? Sammlungen? Wir haben noch irgendwas gekriegt von diesem Typen. Ich glaub, das war das. Wir haben irgendwie nicht wirklich was von Wert hier drin. Was soll's. Dann shoppen wir jetzt mal. Ein Erdenmädchen hat mich um einen Job gebeten und ich habe sie eingestellt. Unser Laden ist also ziemlich integriert, wie auch immer. Was kann ich für sie tun? Okay, wir können Aufträge annehmen und ihm das dann bringen. Aber da wir noch keinen Erzarbeiter haben, dann bringt das eh nichts. Gegenstände kaufen. Wir haben den Bogen, haben wir schon. Handbuch. Okay, Anthropologie. Handbuch Pflanzenkunde. Handbuch Erste Hilfe. Reparaturset. Ähm, wie viel Geld haben wir denn? Können wir das nicht kaufen? Warum können wir das denn nicht kaufen? Hä? Sie könnte auch mit dem Bogen kämpfen. Ich kann nichts kaufen. Aber ich weiß noch nicht, was das... Ach so. Ach so. Man muss das so... Ah, okay. Gut. Ähm. Ach so ist das. Man kann dann hier so sagen, ja, ich möchte zwei davon und dann einen davon. Ja, okay, dann macht das Sinn. Ähm. Mit der Kraft des Windsteins... Wir schenken uns das mal mit diesen... ...zehen Deft, die wir da kriegen. Vermittelt passive Kenntnisse in Anthropologie, wodurch man häufiger Dinge findet, die hier humanoide Gegner verlieren. Hm. Fehlenswerte Lektüre. Hm. Vermittelt Kampf... äh... ...Kampfkenntnisse in Erste Hilfe. Gelegentliches Aufladen der TAP bei Littner Schaden. Hm. So. Dann machen wir das mal so. Ach ja. Sind wir schon fast pleite. Was hast du denn noch? Äh. Wir sind zwar gerade erst angekommen, aber ich wollte sofort mit der Arbeit gehen. Äh. Was? Was? Äh. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Was verkaufst du? Ach so. Hier. Äh. Heilgedöns. Hm. Gerade nicht. Aber ich möchte mal hier die Gegenstände einsetzen. Ähm. Vermittelt passive Kenntnisse in Pflanzenkunde, wodurch man häufiger Dinge findet, die pflanzliche Gegner verlieren. Okay. Sehr schön. Ähm. Da geht's zu irgendeinem Ausgang. Was sagst du denn? Keine Ahnung, was los ist, aber wenn das so weitergekriege ich bald mein eigenes Schiff. Haha. Macht's gut, du langweiliger Job bei der SRF. Ich werde Weltraumcaptain. Hm. Ist das eine Frau oder ein Mann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist ein Mann. Ja, ich glaube, er ist ein Mann. Gut. Äh. Dann wollen wir mal kurz gucken, wo der... Ich glaube, der Käpt'n könnte in der Mitte sein. Na, die haben ja gesagt, da, wo die meisten Leute sind, ne, bei diesem Nachrichtengedöns, da ist dann auch der Käpt'n oder so. Deshalb wollen wir hier mal rein. Ja, da ist der auch tatsächlich. Oh, da ist der... Typ von denen, äh, mit den langen Ohren. Nun, äh, was halten Sie von der Basis? Wir arbeiten hart, um diesen Planeten zu entwickeln. Sehen Sie sich ruhig um. Oh, Faze, es wundert mich, dass du noch lebst. Ich dachte, du wärst schon längst tot. Hm, hm. Du scheinst ja nicht besonders viel Sorgen um mich gemacht haben, Kay. Natürlich habe ich das. Ich versuche nur höflich zu sein. Höflich, verstehe. Kay, die mögen sich wohl irgendwie nicht. Ich hätte nie geglaubt, äh, dass für uns jemand das Weltall beherrschen würde. Erst jetzt erkenne ich, wie groß das Universum wirklich ist. Hm. Rosa heißt sie auch. Wie süß. Puh. Ich hatte noch nicht mal Zeit zu trauern, bevor ich hierhin musste. Viel Zeit verlieren die hier nicht. Na, die eine sagt, oh, ich will sowas von direkt und sofort arbeiten. Und die sagt, ich will meine Ruhe. Na, egal. Ähm, haben wir hier noch wen? Ähm, ja, nur noch den Käpt'n. Dann, Käpt'n. Sequenz. Kommt zur Glauben. Zu erwarten. Ich verstehe. So die Aramia und ihre Crew waren. Aber warum? Da ist nichts Unusual. Was ist definitiv passiert auf die Aramia, Herr. Die Aramia-Krömmen-Krömmen-Krömmen-Krömmen-Krömmen-Krömmen. Supreme Commander Gagan, may I request an analysis of this object? Very well, I'll see to it. The matter interests us greatly. Ah, ja. So, were you surprised? About the aliens, or rather, extraterrestrials? Surprised is not the word, sir. Just look at this base they're constructing. Indeed. All of this is thanks to the Aldarians' scientific capabilities. Sir, you were aware of their existence, weren't you? USTA Command and we Captains were, yes. So, Kro knew, too. He's good at that. You never can tell what secrets he's hiding. Unlike someone I know, who's like an open book. Cute. With matters being as they are, we've decided to join with the Aldarians in a co-exploration effort. U.S.T.A. Headquarters has approved the plan. Consider yourselves informed. Sir. Understood. Effective immediately. I would like you to form a composite team with Faze here. Faze may be young, but he has incredible potential. What he mainly lacks is experience, and this will be an excellent opportunity for him to gain some. If it's not too much trouble, may I ask you to work with him? It's far from trouble, sir. He saved our lives with his powers. It was almost like magic. Ah, yes. Symbology. That is but one of Faze's many talents. I do hope you'll help me in bringing out the rest of them. Yes, sir. Looking forward to it. And I... You all must be tired from your efforts. Feel free to get some rest. Come talk to me when you're ready to accept your next assignment. Yes, sir. Irgendwie seer süß, ne? Also der grüne jetzt. Wow. Out of my way, civilian. What? What's with him? He's scary. That uniform. He must be with the 13th Eldarian Independent Armored Division. A captain, it would seem. I've never seen him before. But you don't hear very nice rumors about the 13th. Huh. Man, that guy means business. Wow. Okay. Äh, wir haben die Aufgabe, uns Penn zu legen. Aber da wir ja schon Penn waren, eigentlich bräuchten wir das nicht nochmal. Und, ähm, ich würde sagen, ne? Ich speicher jetzt hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heißt Star Ocean The Last Hope. Bis dann. Tschü tschü.